So, Manicestix. Mighty Morphin Power Rangers Mega Battle. Manicestix. So. Er geht los. Und mit. Power Rangers. Erstmal Sequenz. Hier ist das normale Gameplay. Kann ich entgegnen oder so. Wie man ganz normal zockt. Ai, ai, ai. Schwarze, Pinke, Blaue, Gelde. Und da unten. Und ich hab Add-on, ich hab der Weiße auch. Go, go Power Nazis. Go, go Power Rangers. Go, go Power Rangers, yeah. Go, go Power Worms. Zack, 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 zack. So. Ja, geht los. So sieht jetzt ein Malspiel aus. Die Trottles of Final Fight. Kann auch Leute schmeißen. Läser Sau schwer. Also Ultraschwert. Muss genau eine Linie sein, die Treffen. Und die Gegner zählen noch viel Energie ab. Können wir auch Schwierigkeiten einstellen, weiß ich nicht. Ja, war halt so ein typisches Stage-Fight-Spielen. Aber ist halt sehr schwer. Ultraschwer. Weil ich der erste Level, der schon gepackt hatte, war schon wild. So gibt aber keine Power Rangers mit ihm, ey. Da, erst mal in den Wegser getragen, weil der cool ist. So, ey. So. Die schmeißen. So. Oh ja. Go, go Power, Arschwäscher. Da sind sie, weg. Minen. Weil er früher gab keine Mini Power Rangers. Der Gegner sieht gut. Hier. Magie sie machen. Da sind sie. Unschön freckgeschlaut. Jo, die halten sie auch wieder aus. Wenn sie keine Energieanzeige sieht. Acht. Ja, man kann auch blocken, natürlich. Aber irgendwie hat er noch nie was gebracht. Aber legend super dick. So, der rote Ranger, äh, der rote Ranger, der kann halt in der Luft tausendmal treten. Deswegen hab ich den geholt. Aber auch den weißen halt, der Drone. Der ist größer als die anderen. Ich weiß nicht warum. Irgendwie, der kann keine coolen Tricks. Der hier mit den Luftaktionen, das bringt dem meisten was ein Gegner. Sondern was hier bei den Rittern war so. Na ja, das ist ein Mauerverbot. So, da war zwischendrin beim Level. Also das ist ungefähr drei Viertel vom Level, hat das Video erst angefangen. Anfang war mir zu gay. Da brauchst du wahrscheinlich Minuten dafür.